Guckt euch diese Unverschämtheit an, nach dieser glorreichen Schlacht, in der wir wie Jesus jedes Mal wieder auferstanden sind, hängt immer noch so ein Schund an der Wand. Geht so nicht. Das machen wir weg. Wir können ihn nicht mehr sehen. Oh, Dish, siehste, das macht mich schon verrückt. Ja, was? Was sagst du denn hier, du? Kaspers hier so rum. Wer hat bloß diese Poster aufgehängt? Total, gar nicht leidenschaftlich. Sie verschannen total die Umgebung. Ein Himmels. Ah, hier, guck mal, so kommt man da also wieder rauf. Oh, plopp, plopp. Fluppon. Oh! Oh mein Gott. Nur noch 13. Ne, 10. Boah, schönes Ding. Ich hab schon kein, keine Ahnung mehr, wo ich diese Dinger finden soll. Komm, gib's mir hier. Rauf. Ah, zack. Oh, ich hab gedacht, ich kann da irgendwie rauf. Also. Ich bin definitiv nicht der eleganteste Spieler. Ich merk das schon. Aber. Auch ich kann noch besser werden. Oder gerade ich. Nein, 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 nein. Ah. Ach, tisch, tisch. Ja, ich will das ja wegmachen. Okay, dann kommt der Dreifachsprung irgendwie. Von hier. Ja, das war bestimmt der Dreifachsprung. Mann. Komm schon. Junge Mann. Mach doch nicht so Heckmeck hier. Wie sollst du die Dinger kaputt machen? Das ist so schwer zu verstehen? Ja, okay. Alles klar, so. Jo. Komm schon. Komm, so. Und. Bam. Guck mal, es sieht doch aus, als ob man sich da ranhängen kann. Ist das so? Warum nicht? Hm, schade. Okay, nochmal Stufe 2. Ha. Und. Stufe 3. Auch hoch. Okay. Stufe 3. Ab sofort. Jawoll. Jawoll. Guck ja, er konnte es auch nicht mehr ertragen. Also. Ich hole dir den Mond vom Himmel, was ich nur tun würde für die Chicas, wenn du diese Kaka wegmachst. Runter mit dem Poster. So zeige ich immer nur, runter mit der Hossa. Was ist das denn? Achso. Oh, na? Ich entspann mich hier im Schatten. Du nicht, du doof Kopf. Und du? Sagst gar nichts dazu. Musst du mal die Klappe halten bei ihr, wa? Wow, wow. Ich renne hier immer fast. In mein Verderben. Aber das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Mann, hier war ich noch gar nicht. Okay, komm her. Okay, wir, wir. Ah, nein, nein, nein. Jawoll. Wenn, dann sterben wir elegant und springen nochmal über die Mauer. Echt mal, sterben andere so viel? Die Hälfte des ganzen Let's Plays ist mit Sterben. Ich finde schon, dass das einen Daumen verdient hat. Immerhin mache ich das trotz dessen, dass ich so oft sterbe. Lade ich den Scheiß noch hoch. Und freue mich darüber, dass ich hier die ganzen Münzen habe. Ah, nee, vier finden. Oh, Mann. Und bring, 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 bring. Nein, oh, Mann. Siehst du, das ist im Hintergrund immer, wenn ich das Geld verliere, dann müsst ihr mal darauf achten, die Gelegenheit bekommt ihr ja noch. Aber, wie ihr seht, des Öfteren, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, das sind so Coopers, die einen auslachen. so. Uh, gib mir Money, Money, Money. Gib mir doch das Money, Money, Money. Komm schon. Oh, du. Zeit. Hey, Mann, ich kann die Kamera nicht bewegen. Voll doof. Gell? Hey, Labyrinth. Ja, Leute, ich kann die Kamera nicht drehen. Komm her. Geht er denn eigentlich schneller kaputt? Oder ist der einfach nur... Boah. Bam. Komm her. Oh, dann geht er da genauso langsam kaputt. Also quasi dieselbe Strecke einfach nur. Okay, hier kann ich einfach nicht die Kamera drehen. Deshalb werde ich hier... Wow, wow, wow. Ja, ja. Wow. Und dann soll ich hier so wieder zurück, ne? So, als wenn ich das überleben würde. Machen sie das einfach so, statt dass ich mich irgendwie wieder rausschummeln kann. Oh, aber jetzt kann ich auch mal mal die Kamera drehen. Völlig unverständlich hier. Boom. Boah. Ja, nee, nein. Och, Mann. Hier, komm her. Komm her. Woran bin ich jetzt eigentlich gestorben? Haha, guck mal. Er denkt, er steht noch unter meinem Einflug. Huch. Sehr auffällig, oder? Und Attacke. Woo. Wow. Wow. Ach, nö. Ach, nö. Alter. Alter. Falls das irgendwie geht, markiert jemanden, der untalentierter ist als ich. Damit ich mich wirklich ein bisschen gut fühle. So. Aber dieses Gift hat schon echt Stil, oder? Sieht echt geil. Ja, komm. Hier, wenn man innen fährt, dann... Okay, alles klar. Oh, nein, nein, nein. Okay, gut. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Und... Puh. Mitten durch das Kugel-Billy-Labyrinth. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wie viele Monde? Fand mich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht bis jetzt. Also... Boah. 26. Ja, gut. Geht ja noch. Das hab ich schon gemacht. War das hier oben? Nee. Okay. Ach so, das Cooper-Rennen. Ticke, 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 ticke. Hier, komm her. Hier sind die Ländersplitter. Irr, Irr. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das das so zerschlägt. Willst du gegen uns antreten? Hey, wir kennen uns so schon. Gute Einstellung. Ja. Regel gibt es eigentlich keine. Du kannst uns schlagen, treten, hauen, beißen. Hauptsache, du bist der erste. Ziellinie ist eine Lichtsäule. Alles verstanden? Ja. 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 Oh, okay. Kann ich um Jauksin nehmen, oder? Das wäre ja unfair, oder? Die nehmen doch gerne, oder? Oder? Okay, keine Ahnung. Äh, klar muss ich so ein Ding nehmen. Nochmal. Was können hier denn für abgefahrte Techniken, Alter? So Leucht-Dings. Oh, Entschuldigung. Komm her, Freund. Also, je nachdem. Wirkst so langsam. Warum ist hier jetzt eigentlich auf einmal nachts? Oh, ich bremse so. Eifel trotz, ich weiß nicht. Wo ist ihm hin? Oh, nein, 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 nein. Natürlich bin ich erst da. Mit meinen eigenen vier Beinen habe ich das gemacht. Mhm. Das war ja Überschein-Geschwindigkeit. Hier hast du den Preis. Einen Mond. Standard-Rennen. Okay. Direkt Experte. Hier. Ihr kleinen Schummler. Uff. Uff. Konzentration. Los geht's. Ey, der ist ja Gold. Der Typ ist Gold. Der leuchtet. Ey, Koffer. Ich wollte nicht bremsen. Ich dachte, er wird irgendwie schneller. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zweiter bin ich nur. Zweiter bin ich nur. Erster bin ich nur. Ich bin auch nur Erster. Und, 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 und. Ach, puh. Für mich war das jetzt kein Unterschied. Aber immer ein neuer Rekord. Ich habe doch eben nicht viel länger geworden, oder? Millisekunden-Wille. Ja. Püstenland-Experten-Rennen. Puh. Okay. Guck mal, hier haben wir schon wieder zwei, die waren drei, vier, fünf, normale, sechs, sieben, normale, acht, normale, krass, so viele habe ich nicht, die normal sind, bevor die Dings waren, habe ich das nicht gemacht, schon. Äh. Keine Ahnung. Da oben. Alles klar, immer da hin. Tschupusch. Entschuldigung. Oh, hi. Okay, ich muss die ganzen Spinner von da vorne hier rüber bringen. Klingt schwer. Muss man mal so sagen. Hier, von hier, ne? Also, nehme ich jetzt mal an. Hier, Muchachos. Komm mal her. Klopp. Ich bin deine neue Sobrero. Wir machen uns auf den Weg, um eine Chica klar zu machen. Und nicht, um uns zu töten. Klopp. Und, ach. Gibt es ja noch mehr von denen? Wir erreichen ja wohl kaum aus, oder? Oder? Oh nein. Huh. Wer bist du denn? Achso. Ich bin erschrocken. Ha. Komm schon. Ich hab's geahnt. Aber wenigstens ist keiner meiner Freunde kaputt gegangen. Danke. Hi. Okay. Und die andere? Nur vier Stück? Reichen aus? Romanze. Achso, Romanze. Ich verlasse sie doch direkt wieder. Kann man rein, oder? Hallo. Na, Leute? Was geht hier ab? Für ne Party, ja? Bleib mir vom live. Er sagt, bleib mir vom live. Ich bin Werzer. Ich muss jetzt zum Arsch der Welt laufen. Okay, du. Du, 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 du. Du, 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 du Romanz am Rand der Wüste. Zack. Ja, die lässt sich hier nicht besteigen. Hast du das gesehen? Ich habe deine Männer umgebaut. Hau ab! Los! Okay, ich habe... Außer denen da. Das... Oh, Entschuldigung. Das radde ich nämlich nicht so wirklich. Okay. Ähm... Wie macht man den kaputt? Hi! Wie kriegt man den kaputt? Da musst du ja unbedingt einen Kugel-Willi haben. Das stimmt, aber die reichen nicht bis da. Okay, wir probieren mal was aus. Äh... Oh... Pssst, Leute, pssst. 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 Ha! Äh, eigentlich hatten wir sie. Schummlerin. Komm ich noch direkt einen 2 danach? Schade. So, komm. Jawoll. Nein! Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Hmmmmmmmmm Okay, Koper Koper Koper! Nein! Schade! Ah, das geht gar nicht. Unfair. Was sagst du eigentlich? Du chillst ja auch so alleine rum. Oh Mann, ich will dir doch nicht wehtun. Ja, das weiß ich doch schon. Aber Leute, das kann doch nicht sein. Komm schon. Ach. Ah, schade. Nein, Junge. Das würde ich doch gar nicht. Hm, keine Ahnung. Hm, keine Ahnung. Ach, komm. Ach, Mann. Also das kann so viel sein. Komm her. Scheiße. Diese Dinger nerven auch übel, ne? Den hab ich schon. Den hab ich schon. Also, nehm ich mal an. Okay. Ja, es war doch so knapp. Das muss doch das Geheimnis sein. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Was ist das? Er ist schon wieder noch näher dran gewesen. Aber das kann's nicht sein. Was übersehe ich? Ja, das sieht ja sowas von gut aus. Bis jetzt. Scheißegal wie, aber... Es war so knapp. Okay, das schafft man so nicht. Okay, ich hab ne andere Idee. Wahrscheinlich muss man das überhaupt nicht mal so machen. Aber... Also, komm mal her. Komm mal her. Komm her. Komm her. Ach, du bist zu doof. Na? Scheiße. Aber so ungefähr. Ja, ich weiß, wie's geht. Mann, ich bin der Beste. So geht das. Einfach selbst töten. Komm, folg mir. Ach, Digga. Oh mein Gott. Ich wär sowas von tot gewesen. Oh mein Gott. Komm schon. Jawoll. Oh. Huh. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Krass. Okay. Wir haben jetzt trotzdem noch 100 Millionen Stück. Und alle, die von den, äh... Von dem Block sind, glaube ich, geschafft, oder? Muss ja. Ja. Alle, die, die markiert sind. Ja, da fehlen jetzt noch die ganzen anderen. Damit ist dieser Part schon wieder mal zu Ende. Außerdem fehlen mir noch vier Münzen. Wo immer die sind. Äh. Ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. 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 Okay. Die part.